Griechenland steht vor dem Bankrott und auch in Spanien verschärft sich die Schuldenkrise immer weiter. Künftig sollen die Länder mit Milliarden aus dem europäischen Stabilitätsmechanismus, dem ESM, unterstützt und gerettet werden. Bis der in Kraft tritt, wird es allerdings noch etwas dauern, denn das Bundesverfassungsgericht prüft zurzeit, ob der ESM mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Das Urteil wird heute in sieben Wochen gefällt, aber so lange wollen wir gar nicht warten. Deshalb sind wir schon jetzt der Frage nachgegangen, welche Lasten auf den ESM zukämen und für wie viele Schulden Deutschland im Zweifel noch haften müsste. Ein solches Bündelhunderter sind 10.000 Euro. Für manche ein Nettojahresgehalt. Würde man die Bündel stapeln, sähe er eine Million noch vergleichsweise harmlos aus. Eine Palette Mannshoch mit Hundertern beladen, wären schon 100 Millionen Euro. Ein solcher Sattelzug könnte 20 Paletten transportieren. 2 Milliarden Euro. Um die 700 Milliarden des europäischen Stabilitätsmechanismus, des ESM, zu transportieren, bräuchte man 350 solche LKW. Für 95 davon muss Deutschland haften, immerhin 11 sogar direkt in den Rettungsfonds einzahlen. Und selbst das ist nur ein kleiner Teil der auf Deutschland lastenden Risiken. Wenn man die vorher schon beschlossenen Hilfspakete, Griechenland-Rettung, ISFS und die Target-2-Kredite zusammen betrachtet, haftet Deutschland heute schon für mehr als 350 LKW-Ladungen voll 100-Euro-Scheine. Mehr als 700 Milliarden. Da wird verständlich, warum Ratingagenturen inzwischen auch die deutsche Bonitätsnote AAA in Gefahr sehen. Alle diese Summen wurden bisher vom Bundestag abgesegnet. Das schreibt die Verfassung so vor und wird vom Bundesverfassungsgericht überwacht. Es darf keinen Automatismus geben, mit dem die EU immer neue deutsche Hilfsgelder abrufen kann. Und genau hier sehen Kritiker des ESM ein Problem. Was passiert, wenn immer mehr Länder Hilfe aus dem Schirm benötigen? Laut aktuellem Stand soll Deutschland 27 Prozent der Rettungsmilliarden zahlen. Wenn aber zum Beispiel Spanien, im schlimmsten Fall auch Italien, Hilfe brauchen, könnten die nicht mehr einzahlen. Der Anteil der übrigen Länder würde steigen. Für Deutschland auf 43 Prozent. Bezogen auf unser Beispiel mit den LKW bedeutet das, von den 350 LKW voller 100-Euro-Scheine müsste Deutschland mehr als 150 übernehmen. 100 Milliarden mehr, als der Bundestag bisher genehmigt hat. Dann müssten statt bisher geplant elf, sogar 18 LKW-Ladungen direkt in den ESM eingezahlt werden. Wäre das überhaupt zu stemmen? Wenn es wirklich eines Tages darum ging, Italien und Spanien zu retten, dann sind alle europäischen Fonds überfordert. Das kann keine Perspektive sein, die man irgendwie konstruktiv gemeinsam bewältigen kann, weil dann die Glaubwürdigkeit des gesamten Arrangements, der gesamten Eurozone ja in Zweifel steht. Das würde überfordern. Eine Rettung aller Südländer würde also den ESM und Deutschland überfordern. Allerdings sieht es zunehmend so aus, als ob die 100 Milliarden, die Europa für spanische Banken jetzt schon zahlt, kaum reichen werden. Von Woche zu Woche scheint es wahrscheinlicher, dass auch Spanien unter den Euro-Schirm schlüpfen muss. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass rote Linien, auch feste rote Linien, wie man dachte, am Ende dann doch überschritten worden sind. Wenn jetzt im ESM-Gesetz eine Höchstgrenze der deutschen Haftung festgeschrieben wird, heißt das nicht, dass das Gesetz nicht nochmal geändert wird. Wenn beispielsweise große Länder wie Italien sehr viel neues Geld brauchen, dann ist möglicherweise Deutschland gezwungen, auf europäischer Ebene nachzuschießen. Tatsächlich hätte der Bundestag kaum eine Wahl. Wenn Spanien oder auch andere ausfallen und selbst nicht mehr einzahlen können, ist Deutschland laut ESM-Vertrag sogar zwingend verpflichtet, deren Anteil mitzuübernehmen. Zitat. Nach oben gibt es fast keine Grenzen. Wenn man alle Bank- und Staatsschulden der Krisenländer addiert, geht es um bis zu 13.000 Milliarden. Die dafür nötige Lkw-Kolonne würde fast einmal quer durch Deutschland reichen. Das Grundproblem, was wir momentan haben, ist, dass die Schulden in Südeuropa so groß sind, dass sie mit keinem vernünftigen, vertretbaren Rettungspaket der Welt zu heben sind, zu schultern sind. Das bedeutet, wenn ganz Südeuropa inklusive Spanien und Italien ausfällt, dann werden wir die Rufe hören, den ESM auszuweiten. Und wir haben das im Prinzip ja schon getan, dadurch, dass der ESM und der EFSF parallel laufen. Das war ursprünglich ja auch nicht geplant. Die Summen, um die es in der Euro-Krise geht, kann sich niemand mehr wirklich vorstellen. Geschweige denn bezahlen.